Eine Stadt mit grünen Bäumen, das kann noch kühn sein im Digital bei Kummann Let's Play. Und zwar über City Skyline. Ja, so sieht es aus. Und letztes Mal haben wir angefangen, hier ein wenig weiter runterzubauen. Ich denke mir ist heute dunstig. Sehr mühsam. Gut, auf jeden Fall machen wir jetzt zwei weiter. Ich würde mal sagen, können wir vielleicht das Selbstversorger-Quartier noch ein wenig ausweiten. Da in der Ecke, die wir damals schon markiert haben, vielleicht noch mit der letzten Querstrasse, die runter geht. Die werden wir auch noch so weiterführen. Bis da. So über. Und dann, weil es so schön ist, machen wir hier in der Mitte auch noch Verbindungsstrasse. Gut, das wird... Lafayette. Das fette Lafayette. Genau. Und da machen wir das so. Und dann schauen wir mal. Ähm... Alles klar. Jetzt haben wir gesagt, jetzt sind wir das Lafayette, das Viertel weiterführen. Das heisst, wir würden hier ganz kurz das hier weiter runterzonen. So. Schön, hä? Und... Hier immer ein wenig drüber noch, weil wir haben ja noch Häuschen dahinter. Genauso wie hier unten. So. Und jetzt... Jetzt hauen wir da voll rein. Mal schauen. Zack. 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 So. So. Haben wir ja genug. Heizung und alles. Genau. So. So. Ja. Und das ist so ein wenig die Evolution von einer Stadt. Gell? Die Evolution von einer Stadt. Gut. Also. Lachen wir die hier mal ein bisschen einziehen. Vielleicht brauchen wir da noch einen Park. Oder irgendetwas Netz. So ein biologischer, ein botanischer Garten könnte man ja da mal wieder hermachen. Haben wir schon lange mehr gehabt. Ist gut. Das sollte eigentlich das ganze Quartier ein wenig beruhigen. Und... Eine Hüpfburg. Da könnte sich beim Selbstversorger noch ein bisschen rumhüpfen. Und sobald das hier bebaut wird, ist dann auch der Strom bei diesen Sachen, würde ich behaupten. Ja. Cool. Also. Und jetzt schauen wir. Industrie. Blau. Wir brauchen blau. Da. Hä? Da haben wir... Ja. Wir können ja da mal ein bisschen blau machen. Um zu schauen, wie viel das wirklich braucht. Jetzt machen wir es aber wieder so. Es ist etwa so gegangen, nicht? Etwa so. Jetzt können wir es auch gerade machen. Komm. Was meinst du? Also und das machen wir da so. Gut. Und jetzt ist das nochmal etwas anderes. Jetzt haben wir hier die Spezialisierungen. Wo habe ich denn Tourismus Spezialisierung genommen? Das ist... Freizeit. Spezialisierung Tourismus. Auch hier habe ich natürlich Freizeit genommen und nicht Tourismus. wenn wir mal Tourismus machen. Wenn wir mal Tourismus machen. Darüber hauen da. Und dann machen wir das so. Und dann machen wir das so. Tourismus. Was passiert jetzt so? Machen wir jetzt wieder voll Crash oder was? Was? Die haben alle kein Geld. Zeig mal. Zeig mal. Oh oh. Miss Budget. Miss Budget. Miss Budget. Alles geht. Ich weiß nicht. Ob da schlau war. Aber die Steuern steigen. Das ist ja... Also... Das eine hebe das andere auf. Quasi. Dafür kommen wir hier ins neue Gebäude. Auf Tourismus spezialisiert sind. Das könnte ja vielleicht auch noch cool werden. Wie ist denn die Zone hier ausgeweitet? Machen wir das vielleicht hier so. So. Das nimmt mich ja jetzt Wunder. Ah es ist da wieder äh... Wieso hat es da schon wieder keine Verbindung? Ich habe doch gemeint, ich hätte das in Ordnung gebracht. So. Dann hier hinten. Also warte mal. Zeppelin. Dann nehmen wir die einfach weg. Die anderen sind ja gut. Oder? Ja, ja, es kommt gut. So, und was passiert da hinten? Konzert? Cool. Sehr cool. Und da hinten würde eben auch noch ein Ding hinpassen. Äh, warte mal. Haben wir da nicht noch irgendetwas gehabt? Sehr cool. Das ist so ein Musikviertel und alles drum und dran. Sollen wir mal schauen, es sieht eigentlich gut aus. Die sollten eigentlich gedeihen und wachsen. Die können natürlich gleich zu Fuss hier rüber. Weisst du? Das ist schon alles über Leiden. Dann machen wir da noch eine Verbindung. Dann können sie hier auch rüber. Hier runter können sie. Sehr toll. Ja, wenn wir da so irgendwo dann zu viele grüne Flächen haben, dann kann man auch mal so einen Weg machen. Verstehst du? Also so wie? Nein, lassen wir jetzt. Gut, aber was passiert da? Langsam aber sicher tut sich etwas da in diesem Viertel. Wir haben Zuwachs, Budget steigt, alles perfekt. Und Industrie ist wieder gesucht. Das würde bedeuten, wir würden da ganz kurz ein bisschen zählen. Sehr cool. Vielleicht machen wir das einfach so. Jetzt haben wir da genug Zonen für die Industrie wieder. Sehr gut. Schauen wir mal, wie sie das annehmen. Entschuldigung. Dann haben wir da. Haben wir da noch irgendwie eine Ampel oder etwas, die stört? Nein. Das ist eine Vorfahrtsstrasse natürlich. Und da sieht es auch aus. Stopp, das ist gut. Da braucht es keine Ampel, da nicht, da nicht. Das ist einfach Stopp da, Stopp da, Stopp da. Das machen wir ein bisschen so, oder? Dann haben wir da Stopp und da Stopp. Das ist eigentlich gut. So. So. Dann sollte es eigentlich auch ein bisschen fliessiger laufen. Fliessender, fliessender, fliessender. Flüssiger. So meinen wir es. Gut. Da hat es überall keine Ampel, sondern Stopp natürlich. Genau. Jetzt kommt das wirklich gut langsam. Ich habe das Gefühl, dass die Ein- und Ausfahrten suboptimal sind. Das müssen wir vielleicht anders regeln. Dann kann man die wegnehmen. Was passiert jetzt? Es geht alles hier rüber. Da steht es immer noch. Das darf nicht kreuzig sein. Also nicht Ampel, was? Entschuldigung. Das wollte ich nicht sagen. Da darf es nicht Ampeln, sondern einfach normal kreuzig sein. Excusez. So. Wunderbare Sache. Ja, ich glaube, gleich, gleich. Gleich können wir uns im Flughafen, äh, Flughafen bauen. Ja, ich glaube, vielleicht sogar noch in dieser Folge. Es fehlen nur noch 2-3'000 Leute. Ja, da muss ich sagen, da hat es sich doch schon gelohnt, dass ich ein paar Leute hier wieder, äh, ja, etwas, äh, du weißt, was ich meine. So, was haben wir denn da? Ja, das ist da halt wieder sehr, sehr schade. Das ist da, dass das halt so kleine, ja, grafische Fehler hat. Aber eben, wir haben die vielen, vielen Objekte, die in diesem Game rumlaufen und, äh, Sachen machen und Sachen generieren. Genau, so, also, fertig, Terraforming, da. Ah, da haben wir immer noch keinen Strom. Das können wir die Leute nicht, oder hat es auch Platz für so viel? Wir wissen es nicht genau. Ja, so, und da läuft es eigentlich gut, die Eisenbahn ist auch, die Cooperbrücke, Brücke, Brücke, so. Ah, das ist so geil, so geil. Muss ich sagen, das Städtchen zieht da. Und, woher kommst du da? Ah, das ist immer noch das, äh. Können wir natürlich wegnehmen, äh. Dann, vielleicht da nochmal ein wenig Lärmschutz. Ja, das ist sicher nicht schlecht, Lärmschutz da. Gut, dann, was haben wir denn sonst noch? Da sind wir auch näher an den Häuser. Also, was jetzt eigentlich noch nützlich wäre, was ich jetzt einmal noch festgestellt habe, ist, dass die Tickstrasse und die Tickstrasse, eigentlich nur da hinten durch verbunden sind, ja, da haben wir jetzt noch Verbindung geschaffen, das ist eigentlich okay so. Mein Gedanke ist es nur gewesen, wir könnten ja sagen, hey, wir machen da nochmal irgendwie, äh, eine Ausfahrt. Aber das ist eben eigentlich eher so eine zweispurige, oder? Ich finde das eigentlich schade. Sorry. Was machen wir? Es läuft eigentlich, ich sehe es hier gut im Augenblick. Ich freue mich auf den Flughafen. Von dem her. Jetzt müssen wir uns hier mal anschauen, was wir hier machen könnten. Das gibt wieder eine Autobahn, dementsprechend, hm? Und dann machen wir mal einen schönen Bogen. Und dann machen wir die ganze Geschichte. Dann machen wir das etwa da. Ich bin jetzt auch unterirdisch. Ja, die Idee ist gar nicht schlecht, eigentlich. Also. Jetzt machen wir es so. Dann. Page down. Das ist doch da. Das ist doch da. Das ist doch da. Das ist doch da. Nee. Bitte? Bitte? P-Pi-Pi-Te? Dann für uns auch. warte mal ganz kurz das muss ich da mal überlegen jetzt nehmen wir das ganze nehmen das weg baut das daher so dann nehmen wir den punkt und den anpassen so also jetzt will ich einfach nur die punkte haben so kann ich jetzt das nicht so so perfekt danke sehr cool kann man so lange kann man so lange gut also zeigen jetzt mal wie sieht das aus da machen wir einen strassenbau das geht in diesem fall bis dahinter und dann was haben wir dann hier da hinten kommen dann wieder die züge dann würde ich sagen gehen wir von da so da rüber von da so da rüber gut bedeutet jetzt kommen wir da eigentlich sagen jetzt machen wir das nächste industriegebiet wo da kommt und das machen wir entsprechend wieder mit diesen berühmten zwei wege autobahnen ich werde schon mal etwas ausprobieren jetzt habe ich da warte jetzt mal das war nicht so und dann komme ich mit dieser da es gibt also nicht so eine schnittstelle also weißt du so ein schönes so eine schöne einfahrt ich habe noch mal etwas ausprobiert sorry gut also jetzt eine Ausfahrt würde man mal sagen wir machen jetzt mal eine normale Ausfahrt oder so und dementsprechend etwa ähnlich so da natürlich einfach ein richtiges wechsel von dem her gut dann haben wir da vielleicht eine breitere strassen die würde und entsprechend die beiden punkte verbinden jetzt wieder schade dass das nicht auf der gleichen höhe ist super gemacht ja ja ich und ich und Spiegel das sind halt ab und zu verstehen wir uns und ab und zu nicht also da haben wir gesagt dass du da ja ja ist das einigermassen ja es geht aber es ist auch so nicht einigermassen also von dem her wenn wir es doch so gut also dann haben wir da einigermassen ab bis in das schriegebiet oder so so gut perfekt dann machen wir vielleicht da in diesem rundumkreis inwendig nochmal einen kreis warum? weil ich habe das Gefühl das macht Sinn und zwar und zwar ja vielleicht so läuft auch eine höhe so jetzt ist das wieder unten aber ich bin natürlich auch schon lange am aufnehmen es ist heute eine riesen Aufnahmesession das ist glaube ich etwa die siebte oder achte Folge die ich aufnehme und noch etwas kürzer so es ist jetzt nicht die perfekte Reise, ganz klar alles sieht gut aus und jetzt damit man das vielleicht etwas besser aufteilen kann würde ich mal sagen also da braucht es sicher eine Verbindungsstrasse und zwar eine drei und eine draus so gut also es ist das eigentlich so verbunden dann wenn wir das einfach machen und sagen ok wir nehmen das hier den kleinsten Winkel dann machen wir das hier so verkehrt also nochmal oder wenn wir das anders machen und sagen hier in der Mitte geht dafür nochmal so eine zweispurige Allee runter nicht unter der Autobahn sondern etwa so bis etwa so so und von daher machen wir jetzt so Abzwieg einmal bis da einmal bis da einmal bis da einmal bis einmal bis frei frei so ja es wäre eigentlich nicht schlecht oder dann wäre das jetzt da wieder eine halbe dann da wieder ein ganzer und da jeweils parallel krasses gebiet aber das ist einer zu weit und zwar einfach nur da 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 nehmen wir nochmal weg und machen das bis da da steht der durchgehend der wieder nicht und zwar auf beiden Seiten und der ist dafür wieder durchgehend so gut und dann machen wir hier nochmal frei frei freies Werkzeug und machen das gleiche so ja ist jetzt halt ein wenig rum gut also jetzt brauchen wir hier hinten vielleicht noch ein bisschen Strömchen vielleicht irgendwo ich setze es auch mal hier hin Wasser das ist perfekt so und dann nochmal jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel erschlossen da hinten direkter Autobahnzugang das kommt eigentlich gut gut dann würde ich mal behaupten machen wir hier wieder in so eine Zone und in dieser Zone sagen wir natürlich auch wieder hey das ist Forst weil es hat ja gute Beine umeinander hier so das wäre Industriezone und da würde man sagen Forst und was sagen wir da auch noch Richtlinie ein grossunternehmen machen wir mal so ein bisschen so Elektrofilter für Industriemüll machen wir auch Besteuerung nehmen wir mal Dienstleistung Wasserverbrauch ja das ist eine Idee das ist Holz Recycling Rauchverbot Parks und Erholung Kein Strom fürs Heizen machen die Solarwinden gut also dann schauen wir mal was da passiert wenn wir das so einziehen einziehen so sehr schön sehr sehr schön sehr sehr schön die ersten Firmen kommen schon es ist ein gefragtes Gebiet hier ich sehe das so dann das da so und da hinten durch dann das da nochmal D-Zone Endzone dann schauen wir mal was da braucht was sicher auch braucht ist wenn wir eine Holzindustrie fahren entsprechend ja irgendwie so ein Feuerwehr und ich entschuldige mich für das ewig nervige Pfeifen im Hintergrund das müsste irgendwo Discours sein aber es zeigt mir auch an hey schon wieder sind 35 Minuten dran Danke hast du eingestellt äh auch das mal bei Kuhnmann Let's Plays aus Schweizerdeutsch und wir werden sehen woher das das geht da mit unserer wunderschönen Geschichte namens Künsingen ich mache jetzt nur grosse grosse Feuerwehr dringend hast du das gesehen? heftig schau mal Bam und alles wird blau cool kann man ein wenig Kohle sparen mit diesen Dingen hey sehr gut also das ist geregelt polizeilich polizeilich sind wir eigentlich auch fast gut unterwegs ich würde mal sagen vielleicht passt da irgendwo auch mal noch ein grösseres Polizeirevier hin jetzt werden wir anklotzen merkst du es da dann ist das sicher auch gut Bildung ist im Arsch Oberschule brauchen wir Universität Oberschule müssen wir haben Oberschule knollen wir vielleicht da im neuen Viertel da kommen wir jetzt auch gut mit dem Zeppelin an wo haben wir sonst noch vielleicht irgendwie eine Oberschule oder sonst irgendetwas ja da fällt es uns auch sehen wir wo kommen wir da noch eine Schule hin Universität haben wir auch genug Oberschule könnten wir gleich noch gerade eine zweite irgendwo hin platzieren wieso auch nicht gerade da das müssen ja alle beeinflussen jetzt eigentlich oder Kapazität aber wir sind immer noch immer noch immer noch immer noch im Anschlag machen wir da unten nochmal eine her und vielleicht das Institut für Bildende Künste das würde dementsprechend passen die Grundschule vielleicht nochmal irgendwo ja ja tun wir das halt da hin und vielleicht da oben noch ja haben wir da noch ein bisschen Grundschule das ist gut gut so 5 Erwachsene ja ja kommt gut also ich muss dringend aufhören Überfolge also danke für das Einschalten viel ist passiert viel wird noch passieren und oh mein Gott ich habe Angst aber in dem Sinn schauen wir es nächstes Mal rein danke für das Einschalten tschau 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 tsch